Thomas Brasch war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker, Drehbuchautor, Regisseur und Lyriker. Leben Brasch wurde als Sohn jüdischer Emigranten im englischen Exil geboren. 1947 siedelte die Familie in die sowjetische Besatzungszone über. Hier begann die politische Karriere des Vaters Horst Brasch, die ihn bis ins Amt des stellvertretenden Ministers für Kultur der DDR beförderte. Thomas Brasch, Mutter Gerda Brasch, stammte aus Österreich. Sie war Journalistin und veröffentlichte Mitte der 1950er Jahre in einer Cottbuser Lokalzeitung das erste Gedicht ihres Sohnes. Brasch hatte zwei Brüder, Klaus Brasch und Peter Brasch sowie eine Schwester Marion Brasch. Thomas Brasch besuchte von 1956 bis 1960 die Kadettenschule der Nationalen Volksarmee in Naumburg. Nach dem Abitur arbeitete er als Schlosser, Meliorationsarbeiter und Schriftsetzer. 1964-65 studierte er Journalistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Wegen Verunglimpfung führender Persönlichkeiten der DDR wurde er exmatrikuliert und arbeitete erneut unter anderem als Kellner und Straßenbauarbeiter. Thomas Brasch starb am 3. November 2001 in der Berliner Charité an Herzversagen. Das Grab des Schriftstellers befindet sich auf dem Dorothen-Städtischen Friedhof in Berlin-Mitte. Zum 10. Todestag von Thomas Brasch erschien 2011 unter dem Titel Die Kinder der preußischen Wüste ein Schlüsselroman über sein Leben. Verfasser ist Brasch langjähriger Freund Klaus Pohl. 1966 wurde die Inszenierung seines Vietnam-Programms Seed auf dieses Land an der Berliner Volksbühne verboten. 1967-68 absolvierte Brasch ein Studium für Dramaturgie an der Hochschule für Film und Fernsehen Babelsberg. Im März 1968 wurde der gemeinsame Sohn Benjamin von Bettina Wegner geboren. Wegen der Verteilung von Flugblättern gegen den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die CSSR im August 1968 musste er sich gemeinsam mit Frank Havemann, Florian Havemann, Rosita Hunzinger, Sanda Weigel, Erika Dorothea Berthold und Hans-Jürgen USZ-Koreit vor Gericht verantworten. Er wurde zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt und nach 77 Tagen auf Bewährung entlassen. Nach der Entlassung wurde Brasch als Erziehungsmaßnahme als Fräser im Berliner Transformatorenwerk Oberschöne Weide beschäftigt. Auf Vermittlung von Helene Weigel arbeitete er 1971 72. im Brecht-Archiv, wo er an einer Arbeit saß, Die die Strukturelemente des Westerns mit den des russischen Revolutionsfilms verglich, seitdem lebte er als freier Schriftsteller. Mehrere Dramen, die zwischen 1970 und 1976 entstanden, wurden wegen ihrer Thematik und ihrer häufig experimentellen Form nicht aufgeführt oder nach kurzer Zeit abgesetzt. So zum Beispiel die gemeinsam mit Lothar Trolle verfassten Lehrstücke Das Beispiel Hafte Leben und der Tod des Peter Göring und Galileo Galilei, Papst Urban VIII. Erst nach seinem Tod wurde bekannt, dass er 1976 durch Annetta Kahane, die als inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit arbeitete, Denunziert wurde, 1976 war Braun Schmidt Unterzeichner der Resolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Nachdem die Publikation von Prosa-Texten durch staatliche Stellen verweigert worden war, stellte er einen Ausreiseantrag und übersiedelte gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Katharina Thalbach und deren Tochter Anna Thalbach nach. West-Berlin, sein noch in der DDR entstand Ena und kurze Zeit später beim Rotbuch erschien Ena Prosabend vor den Vätern sterben. Die Söhne wurde ein großer Erfolg und brachte ihm nachhaltige Anerkennung bei den Kritikern. 1978 erhielt er den Ernst-Reuter-Preis und 1979 ein Villa Massimo Stipendium. Er wurde 1982 Mitglied des PEN-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland und wurde für den Film Engel aus Eisen mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. 1983 lebte er für ein Jahr in Zürich, wo er für den Film Domino den Occhio del Pardo da Ghetto erhielt. Sein Hörspiel Robert Ich, Fastnacht und die anderen wurde mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet. Ab 1986 übersetzte er mehrere Theaterstücke William Shakespeare's ins Deutsche. 1992 erhielt er den Kritiker-Preis der Berliner Zeitung. 1987 führte er in der Passagier zum letzten Mal Regie in einem Kinofilm. Branche konnte US-Welzda Tony Curtis für die Hauptrolle gewinnen. Nachdem Branche seit dem Fall der Berliner Mauer für viele Jahre verstummt war und sich Gerüchte über Alkohol und Drogenmissbrauch gemäht hatten, überraschte er im Jahr 1999 mit seinem neuen Prosabend-Mädchenmörder Brunke, der aus einem Manuskript von ursprünglich mehr als 10 000 Seiten entstand. Im selben Jahr kam es zur Uraufführung der Dramen Stiefel muss sterben und die Trachinierinnen des Sofokles oder macht Liebe tot. Im Jahr 2000 folgte Frauenkrieg drei Übermalungen. Sein letztes Stück, eine Märchenkomödie aus Berlin, blieb unvollendet. Werke, sie geht, sie geht nicht. Das beispielhafte Leben und der Tod des Peter Göring. Galileo Galilei, Papst Urban VIII. Der Schweinehirt. Die wilden Schwäne. Vom dicken Herrn Bell, der das Telefon erfunden hat. Herr Geiler. La Flierita. Die argentinische Nacht. Vor den Vätern sterben die Söhne. Cargo, 32. Versuch auf einem untergehenden Schiff aus der eigenen Haut zu fahren. Rotter. Und weiter. Ein Tagebuch. Ein Stück. Eine Aufführung. Der schöne 27. September. Engel aus Eisen. Der König vor dem Fotoapparat. Domino. Mercedes. Anton Tschechows Stücke. La Flierita. Lieber Georg. Mercedes. La Flierita. Rotter. Lieber Georg. Frauen Krieglustspiel. Drei Wünsche, sagte der Golem. Der Sprung. Beschreibung einer Oper. Musik Georg Haidu. Mädchenmörder Brumke. Liebe macht tot. Shakespeare Übersetzungen. Wer durch mein Leben will, muss durch mein Zimmer. Was ich mir wünsche. Du einsamer, du schöner Wicht. Ich merke mich nur im Chaos. Die nennen das Schrei. Gesammelte Gedichte. Surkamp. Berlin. 2013. ISBN 978-3518-423455. Filmografie. 1981. Engel aus Eisen. Regie und Drehbuch. Branche erster Film, für den er 1981 den Bayerischen Filmpreis erhielt. Seine Dankesrede im Cuvillet Theater München in Gegenwart von Franz Josef Strauss führte zum Eklat. Als Branche sich ausdrücklich bei der Filmhochschule der DDR für seine Ausbildung bedankte, Domino, Regie und Drehbuch. 1985. Mercedes-Regie und Drehbuch. Verfilmung für das niederländische Fernsehen VPRO. 1988. Der Passagier. Weicham Toe-Germini. Regie. Drehbuch. Gemeinsam mit Jurek Becker. Theater. Lieber Georg. Ein Eiskunstläufer. Drama aus dem Vorkrieg. Intendanz. Klaus Peimann. Darsteller. Georg Heim. Manfred Kage. Bochum. Schauspielhaus Bochum 1980. Hörspiele. Thomas Branche. Mädchenmörder Brunke. Regie. Martin Engler. Bearbeitung. Matthias Baxmann. Sprecher. Silvester Groth. Astrid Mayerfeld. Linda Olsanski. 53. MIN. Deutschland. Radio Kultur. 2008. Filme über Thomas Branche. 1977. Annäherung an Thomas Branche. Regie. Georg Stefan Troller. 1978. DDR-Künstler. Thomas Branche. Regie. Ebo Demand. 2005. Skizze Thomas Branche. Regie. Christoph Rüther. Sternchen Inhaltsangabe bei Christoph Rüther Filmproduktion. 2011. Branche. Das Wünschen und das Fürchten. Regie. Christoph Rüther. Premiere auf der Berlinale 2011 in der Sektion Panorama. Sternchen Inhaltsangabe bei Christoph Rüther Filmproduktion. 2015. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Ein Abend für Thomas Branche. Regie und Buch. Marion Branche 42 zu 58 MIN. Basierend auf der gleichnamigen Veranstaltung im Haus des Buches Leipzig am 3. Februar 2015 mit Marion Branche und Andreas Keller. Ausatmischen an. Ausatmischen an. Vielen Dank.